Ihr werdet in diesem Video mehr als einmal überrascht werden, wie anders ein Besuch im Restaurant oder Café in Australien ist im Vergleich zu Deutschland und wie leicht man sich plötzlich in einer ganz unerwarteten Situation wiederfindet. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Da seid ihr also in Australien gelandet und möchtet essen gehen. Klingt erstmal ganz einfach, oder? Aber hier läuft alles etwas anders und das kann zu frustrierenden und auch peinlichen Situationen führen. Deshalb schaut oder hört euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an und vermeidet all diese Fehler, die ich zum größten Teil selbst auch begangen habe. Fangen wir mit der Bestellmethode an. In Australien ist es durchaus üblich, sein Essen vor dem eigentlichen Essen an einer Theke zu bestellen oder sogar im Voraus auch zu bezahlen. Manchmal muss man sich dann wieder woanders anstellen, um seine Getränke zu bestellen. Das ist vor allem in Pubs, Tavernen und Hotels so, wobei der Begriff Hotel hier eben auch für Gaststätten verwendet wird. Man bestellt erst sein Essen an der Theke, dann die Getränke an der Bar, zahlt alles und wartet dann an seinem Tisch, bis das Essen gebracht wird. In Deutschland ist es natürlich ein sehr unübliches Konzept. Das heißt, wenn ihr hier in Australien in ein Restaurant geht, euch hinsetzen und auf den Kellner wartet, dann kann das echt frustrierend sein, weil niemand kommt. Selbst wenn das Restaurant leer steht, wird der Angestellte seine Theke nicht verlassen, um eure Bestellung aufzunehmen. Achtet deswegen darauf, welches Verfahren in dem Restaurant, das ihr besucht, angewandt wird. Zum Beispiel könnte da ein Schild stehen, wo eben drauf steht, Order at the Counter, dann müsst ihr zur Theke gehen und wenn Table Service angeboten wird, dann setzt ihr euch einfach hin und der Kellner kümmert sich dann am Tisch um euch. So, Bezahlung im Restaurant, weiteres wichtiges Thema, das ich ja eben gerade schon angesprochen habe. In Australien wird kaum noch mit Bargeld bezahlt und manchmal darf man auch gar nicht mit Bargeld zahlen. Viele Restaurants akzeptieren Bargeld überhaupt nicht mehr, man muss mit einer Karte zahlen. Zum Beispiel hier um die Ecke gibt es ein Sushi-Restaurant, die haben schon vor sieben Jahren das Bargeld abgeschafft. Für viele Deutschen natürlich total unverständlich, aber hier zahlt man wirklich alles mit Karte oder mit dem Handy, egal ob es 20 Cent sind oder 2000 Dollar. Nächster Punkt, auch wieder geldbezogen, das Trinkgeld. Ich kann es gar nicht oft genug und laut genug betonen, in Australien gibt es kein Trinkgeld. Weder für die Handwerker, den Taxifahrer und eben auch nicht für den Kellner im Restaurant. Macht das nicht, es gilt als unhöflich und etwas daneben. Wirkt vielleicht in etwa so, als würde euch in Deutschland jemand ungefragt ein paar Münzen hinwerfen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die sind aber ganz klar deklariert. Zum Beispiel sieht man manchmal in der Kasse, in dem Café, ein Glas für Tipps, also Trinkgeld. Nein, von Tipps die Rede schmeißt man natürlich da keinen Notizzettel mit schlauen deutschen Lebensweisheiten oder anderen Tipps rein. Da kann man mal ein paar Münzen reinwerfen, verlangt wird das aber überhaupt nicht. Auch auf dem Tisch solltet ihr kein Geld zurücklassen, weder Trinkgeld noch den eigentlichen Rechnungsbetrag. Das ist so ein amerikanisches Prinzip, das wird hier aber nicht verwendet. Wenn ihr schon Bargeld handhabt, dann müsst ihr das dem Kellner geben oder wie ich es schon erwähnt habe, eben an der Theke bezahlen. Ansonsten steht man hier irgendwie nur wie ein Depp da. So, jetzt mal weg vom Geld, reden wir über die Servicegeschwindigkeit. In Australien geht in Restaurants alles oft ein bisschen schneller. Ja, Essen und Getränke werden sehr zügig serviert, während man ja in Deutschland durchaus auch mal länger auf seine Bestellung warten muss. Man freut sich ja in Deutschland geradezu, wenn das Essen sich so ein bisschen in die Länge zieht, wenn man mit Freunden einen langen Abend im Restaurant verbringen kann. Das gibt es in Australien so nicht. Hier kommt das Essen oft innerhalb von wenigen Minuten und mehr als eine halbe Stunde warten. Das ist schon sehr, sehr auffällig und alle wären dann mega ungeduldig. Und die meisten Verabredungen zum Essen liegen auch unter 90 Minuten. Immer häufiger ist es ja jetzt auch seit Corona, dass man einen bestimmten Timeslot reserviert. Also man sagt nicht nur, dass man irgendwie um 18.30 Uhr einen Tisch reserviert, sondern der Tisch ist auch gleich ganz hart auf 20.30 Uhr begrenzt mit einem Zwei-Stunden-Limit. Und das ermöglicht es eben den Restaurants im Laufe eines Abends einen Tisch mindestens zweimal zu vergeben. Oft ist das sogar so, dass es nur zu bestimmten Möglichkeiten gibt, den Tisch zu buchen als First Seating und als Second Seating. Da müsst ihr entsprechend schauen, wenn ihr die Buchung durchführt. Die hier übrigens meistens per App funktioniert. Nur noch selten rufen Leute in einem Restaurant an und viele Restaurants veröffentlichen auch gar keine Telefonnummer mehr. Die wollen, dass Leute über die App den Tisch buchen. Meine deutschen Freunde erzählen mir öfters, dass sie den ganzen Morgen im Café gearbeitet und sich dann nur einen Kaffee bestellt haben. Das ist auch relativ unüblich, wo wir schon über Zeiten sprechen. Hier gibt es zwar auch gelegentlich Betriebe, in denen es toleriert wird, wenn Leute da ihr Homeoffice aufbauen. Aber dann sollte man auch kontinuierlich bestellen, ansonsten kommt das nicht so gut an. Und in einem Restaurant nach dem Essen noch drei Stunden mit der Verwandtschaft quatschen, ohne noch was zu bestellen, das wird generell nicht gerne gesehen. Okay, kommen wir jetzt zum Tisch-Service. Hier haben wir einen interessanten Unterschied, der, wenn man ihn nicht kennt, echt frustrierend sein kann. In Australien gilt es nämlich als höflich, wenn der Kellner beim Essen den Tisch abräumt. Und zwar kontinuierlich, damit man nicht auf sein schmutziges Geschirr schaut. Das heißt, vor dir steht ein Teller, du isst irgendwie noch die letzte Gabel von deiner Lasagne und schon zieht dir der Kellner den Teller unter der Nase weg. In Deutschland würde man wahrscheinlich mit der Stirn runzeln, würde sich denken, will der mich loswerden? In Australien ist das besonders aufmerksam und man freut sich über den ordentlichen Tisch. Hat natürlich auch zur Konsequenz, dass der, der als letztes fertig ist, de facto von einem leeren Tisch isst, wo alles andere schon abgeräumt ist und man nur noch seinen eigenen Teller vor sich stehen hat. Jetzt ein Wort zum Service allgemein. Insgesamt ist es hier viel akzeptierter, dass man weniger Interaktion mit dem Servicepersonal hat. Wie bereits gesagt, es gibt kein Trinkgeld und oft bestellt man das Essen an der Theke. Man bestellt es aber manchmal auch über einen QR-Code oder ein iPad. In Deutschland kenne ich es, dass in einem kleineren Lokal auch mal öfter der Koch am Tisch vorbeikommt und fragt, ob es einem schmeckt. Oder der Chef begrüßt einen gar am Eingang mit Handschlag. Das gilt ja in Deutschland noch als erstrebenswert, um eine persönliche Bindung zwischen Gast und Gastgeber herzustellen. In Australien wäre das aber merkwürdig und unerwünscht. Essen soll hier eher, ja nicht unpersönlich sein, aber es geht um die Interaktion mit den Gästen. Ja, die Interaktion mit dem Personal und mit dem Betreiber ist nicht so erwünscht. Man geht ins Restaurant, um Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden zu verbringen, um was Gutes in der schönen Atmosphäre zu essen. Und auch Roboter, die das Essen bringen, die sind hier schon viel verbreiteter als in Deutschland und das auch schon seit einigen Jahren. Okay, Flexibilität ist das nächste Thema. Ein wichtigeres Thema, als es zunächst den Anschein hat. Wenn ihr in Deutschland ein Gericht auf der Karte findet, das euch vielleicht nur so ungefähr gefällt, dann könnt ihr ja nachfragen, ob ihr jetzt den Auflauf irgendwie ohne Käse haben wollt, den Eisbecher lieber mit Erdbeer statt mit Himbeere oder vielleicht einfach nur eine halbe Portion. Das ist ja oft in Deutschland kein Problem und man arbeitet mit dem Gast zusammen und passt die Speise dann entsprechend an. Das gibt es in Australien oft nicht. Es gibt einfach nur das, was es gibt. Und Sonderwünsche werden nicht gern gesehen und geändert wird generell nichts. Und manchmal steht das sogar auf der Karte, sowas wie No Substitutions, also kein Austausch von Zutaten. Und ja, natürlich gibt es Ausnahmen. Man kann mal irgendwie die Paprika in der Gemüsepfanne weglassen oder so. Aber die Flexibilität ist schon deutlich eingeschenkt. Und wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt und irgendeine krasse Änderung verlangt, dann wird es auch schnell peinlich. Das hat ein bisschen was zu tun mit einer Mentalität, die ja schon in anderen Videos angesprochen hat, die hier vorherrscht. Das ist die Tickebox-Mentalität, also die Checkbox-Mentalität. Man denkt so ein bisschen in okay, nicht okay und bewegt sich nicht daraus hinaus. Und so ist es eben auch bei diesen Essen-Bestellungen. Entweder will ich eben das Gericht so haben, wie es hier angeboten wird oder eben nicht. Deshalb funktionieren hier viele Dinge, manchmal auch besser als in Deutschland. Aber es geht halt sehr stark auf Kosten von Flexibilität und freier Entfaltung. Das gleiche Thema kommt auch wieder, wenn es um die Rechnung geht. Oft sieht man hier einen Hinweis auf der Speisekarte, da steht No Split Bill oder One Bill Per Table. Und das heißt, dass eine ganz beliebte Methode, die wir aus Deutschland alle kennen, eben hier nicht funktioniert. Nämlich, dass jeder nur einen Teil von der Rechnung bezahlt. Kennt ihr ja aus Deutschland, man geht zum Kellner und sagt, ja, ich hätte gern dann die Rechnung für die zwei Bier. Und dann zahle ich irgendwie noch die Nuggets und dann zahle ich noch ein Eis. Das geht hier nicht. Hier müsst ihr euch in der Gruppe einigen. Und dann muss einer die gesamte Rechnung bezahlen. Die Rechnung darf nicht geteilt werden. Na, dann könnt ihr euch entsprechend das Geld in einem Freundeskreis per PayPal hin und her schicken oder irgend sowas. Aber das Restaurant will definitiv nichts damit zu tun haben. Die wollen einen Ansprechpartner am Ende, der 100% der Rechnung bezahlt. Okay, nächster Punkt. Wichtiges Thema, natürlich Beschwerden. Im Vergleich zur deutschen Gastronomie beschweren sich Gäste in australischen Restaurants seltener. Und meiner Meinung nach liegt das daran, dass man sein Essen halt oft vorher zahlt und es dann eh zu spät ist und außerdem weniger Kontakt zum Personal hat. Außerdem sind die Australier kulturell nachsichtiger und generell gechillter, zucken oft einfach mit den Schultern nach dem Motto, passt schon. Oder es ist einem zu unangenehm, man hat einfach keinen Bock auf so eine Auseinandersetzung. Das hat auch wieder kulturelle Hintergründe, die ich ja schon oft erwähnt habe. Also Australier sind konflikt-aversiv, gehen also einem Konflikt aus dem Weg und bevor man jemandem so richtig die Meinung geigt, würde man vermutlich eher einfach weggehen und im Fall des Restaurants eben einfach nicht mehr hingehen. Auf offene Auseinandersetzungen haben hier nur die wenigsten Bock. Wenn sie Bock haben, dann geht es heftig zur Sache. Das ist mal ein anderes Video wert, aber oft ist die Entscheidung einfach wegzugehen und den Konflikt eben zu vermeiden. So, kommen wir zu den Öffnungszeiten. Deutsche Restaurants haben oft längere Öffnungszeiten als australische. Hier werden die Bürgersteige generell etwas früher hochgeklappt. Dafür öffnen australische Cafés schon sehr früh morgens. Frühstück ab 5 oder 6 Uhr ist hier oft überall verfügbar und auch das Abendessen wird etwas früher zu sich genommen. Ich würde sagen, die Stoßzeit in Restaurants liegt hier so bei 18 Uhr und die meisten Restaurants machen um 17 Uhr auf. In Deutschland ist das gefühlt eher so 19 Uhr, aber korrigiert mich, wenn ihr da einen anderen Eindruck habt. Vielleicht hängt das auch in Deutschland von der Region ab. Meine Erfahrung war immer so, dass die Restaurants gegen 19 Uhr am vollsten sind. Kann natürlich auch in Australien eine Queensland-Sache sein, weil es hier immer so früh dunkel wird und die Leute schon so wahnsinnig früh aufstehen. Also wenn ihr in anderen Teilen Australien wohnt, dann sagt mir immer Bescheid, wann sind die Restaurants am vollsten. Hier in Queensland ist es aber auf jeden Fall 17 Uhr 30 bis 18 Uhr 30. Und noch was zu den Uhrzeiten. Wenn ihr auf dem Land unterwegs seid und in kleinen Städten in irgendwie eins von den drei Restaurants geht, die es da halt gibt, dann sind oft die Öffnungszeiten sehr, sehr eng abends. 18 bis 20 Uhr ist gar nicht so selten. Die Küche macht wirklich erst 18 Uhr auf, 20 Uhr schon wieder Schluss und ihr müsst in diesen einen Timeslot gehen. Das hat viel damit zu tun, dass natürlich in kleinen Städten oft Personalmangel herrscht oder die Betreiber sind gleichzeitig auch noch Betreiber vom Hotel oder von der Autowerkstatt, der Apotheke, haben einfach viel zu tun und hauen einfach dieses Abendessen in diese zwei Stunden da rein. Generell werdet ihr selbst in Großstädten wenig Restaurants finden, wo ihr sehr spät noch eine echte Mahlzeit bekommt. Klar, Pommes, Partyfood und sowas, das geht auch spät nachts, gerade in irgendwelchen Vierteln, wo es viel Ausgehmöglichkeiten gibt. Aber viele Full-Service-Restaurants, die schließen auch in den Städten oft schon um 21 Uhr ihre Küche. Okay, jetzt waren wir spät abends, wir müssen über das Frühstück reden. Ein großer Unterschied liegt im Frühstück. In Deutschland gibt es ja vor allem kaltes Frühstück in den Cafés. In Australien wird oft warm gefrühstückt, also Eier, Speck, frittierte Kartoffelecken. Sowas wird hier angeboten, sowas ist das klassische Aussie-Breakfast. Reden wir noch mal über das Thema Zeit jetzt. Timing beim Essen ist oft nicht so wichtig. Was meine ich damit? Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass die Gerichte zu einer unterschiedlichen Zeit kommen. In Deutschland gibt es hier sofort Punktabzug, wenn nicht alle Hauptgerichte genau gleichzeitig rauskommen, damit auch alle gleichzeitig essen können. Das ist hier nicht so wichtig, das kann man eigentlich schon kaum erwarten. Mir gefällt es ja überhaupt nicht, mich nervt das wahnsinnig, wenn ich dann entweder als Erster mein Essen bekomme und dann alleine essen muss. Oder ich bin der Letzte und alle anderen haben schon angefangen, weil ich möchte ja auch nicht, dass es gekalt wird bei den anderen. Also ich finde das nicht so prickelnd, aber man muss hier damit rechnen, dass das oft nicht gut funktioniert. Und das liegt eben einfach daran, weil es den Leuten nicht so wichtig ist. So genug vom Essen, kommen wir zu den Getränken. Alkoholkonsum, wichtiges Thema immer. In Australien gibt es viele Gastronomiebetriebe, bei denen am Eingang ein Schild hängt. Da steht BYO drauf. Das bedeutet BRING YOUR OWN und bezieht sich darauf, dass man seinen eigenen Alkohol mitbringen muss, zum Beispiel eine Flasche Wein. Den muss man allerdings dann mal Eingang abgeben und dafür dann ein Korkgeld zahlen. Und dann wird dir dein eigener Wein quasi beim Essen serviert. Ist ein Win-Win-Geschäft, weil das Restaurant spart sich das Geld für die Alkohollizenz und du kannst eben genau das mitbringen, was du möchtest und zahlst natürlich auch dafür keine Restaurantpreise. Das Korkgeld ist überschaubar und so kannst du eben deine Lieblingsgetränke trinken. Wie sieht es mit besonderen Ernährungsvorlieben aus? Also in Australien gibt es selbst in kleineren Restaurants meist mindestens ein veganes Gericht zur Auswahl. Da liegt Australien, würde ich sagen, tendenziell vor Deutschland. Gibt auch viele vegane Restaurants. Die vegane Küche ist hier ziemlich Mainstream. Also da kommt man gut über die Runden, wenn man kein Fleisch und keine Tierprodukte isst. Vegetarische Kost gibt es allerdings selten. In Australien ist es so, entweder ist man halt vegan oder man ist gar nichts davon. Aber die Vegetariergruppe ist sehr, sehr klein. Das ist übrigens auch hier kein so kritisches Thema wie in Deutschland. Man toleriert hier die Essgewohnheiten der anderen und als Veganer muss man keine Angst haben, ausgegrenzt zu werden. Meine gesamte Familie lebt ja schon seit mittlerweile, glaube ich, sieben Jahren vegan und wir kamen bisher überall gut zurecht. Selbst im tiefsten Outback gab es da Möglichkeiten und noch nie ist irgendjemand von uns hungrig ins Bett gegangen. Aber in den letzten Reisen nach Deutschland ist mir das immer aufgefallen, wie schwierig das oft ist. Gerade in traditionellen deutschen Restaurants scheinen sich doch die Köche und die Betreiber sehr, sehr schwer zu tun mit solchen etwas innovativeren Konzepten und neuen Ernährungsformen. Und oft muss man sich auch einen blöden Spruch anhören. Ich weiß noch, ich war mal auf einer Hütte in Österreich und ich habe einen Kaffee mit Sojamilch bestellt. Und die meinte dann einfach, nee, wir haben keine Sojamilch, bei uns gibt es nur richtige Milch. Also richtige Milch, Real Milk, wenn man das so in Australien ausdrücken würde, das wäre hier schon arg beleidigend. Kommen wir zum Thema Kaffee, wo ich gerade davon gesprochen habe. Wenn ihr euch mit Freunden zum Kaffee trinken verabreden möchtet, dann müsst ihr das vormittags tun und nicht nachmittags wie in Deutschland. Kaffee wird hier morgens getrunken und die meisten Kaffees schließen sehr früh, oft gegen 13, spätestens 14 Uhr. Manche machen auch schon um 12 Uhr zu. Da besteht einfach keine Nachfrage, weil kulturell Kaffee immer vormittags getrunken wird. Der Kaffee, den man bekommt, der ist sehr, sehr gut. Der wird hier auch nicht auf Knopfdruck irgendwie gebrüht oder ist auch kein billiger Filterkaffee. Nein, generell und selbst im hinterletzten Wüstenkaff kommt er hier aus einer Barista-Maschine und man kann davon ausgehen, dass das Personal diese auch hervorragend bedienen kann. Und ironischerweise ist ja gerade das Kaffeepersonal in den kleinen Städten im Outback überwiegend europäisch besetzt. Bei deutschen oder schweizer oder österreichischen Backpackern sind solche Stellen sehr beliebt. Und ich habe schon mit sehr vielen Europäern gesprochen, die im Outback in Cafés arbeiten. Oft ist es sehr gut bezahlt, man kriegt kostenlose Unterkunft. Also wenn ihr unterwegs seid, WHV-mäßig, schaut euch unbedingt die Gastronomie-Jobs im Outback an. Das kann eine ganz nette Alternative zu den Jobs in der Landwirtschaft sein. Und wie ich gesagt hatte, Milch-Alternativen wie Hafer oder Soja gibt es natürlich hier auch überall. Entkoffinierten Kaffee übrigens auch, wenn das interessiert, wobei das nicht so wichtig ist, weil nachmittags haben die Kaffees ja eh geschlossen. Kaffee ist allerdings auch teuer und man zahlt aktuell 4 bis 5 Euro für einen Becher. Hat natürlich auch mit den Personalkosten zu tun, nur als Erinnerung. Der Mindestlohn liegt aktuell in Australien bei 16 Euro, beziehungsweise knapp 20 Euro, wenn man als Aushilfe angestellt ist. Und am Wochenende könnt ihr nochmal 25 bis 50 Prozent draufrechnen. Okay, wir sind fast am Ende des Videos, also Zeit über Nachtische zu reden. Deutsche Desserts sind ja oft relativ schwer, bestehen aus Sahne oder Schokolade, all diese bescheuerten Cremes, die ich überhaupt nicht mag. Mögt ihr solche Cremes, so Herrencreme oder sowas? Das hat für mich ja immer starke Vibes der 70er und 80er Jahre, mag ich überhaupt nicht. Natürlich, australische Desserts sind sehr leicht und fruchtig. Ich muss aber auch sagen, ich lebe wie gesagt in Queensland und da passt das kulinarisch einfach besser. Da hat man keine Lust, sich noch den Magen schwer zu machen nach einem Essen. Lass uns allgemein noch ein bisschen über Gewürze und Geschmäcker reden. Australisches Essen schmeckt ganz allgemein anders. Was meine ich damit? Es wird anders gewürzt. Wenn ich nach Deutschland reise, dann finde ich, dass alles immer sehr herb, bitter und salzig schmeckt. Die Australier haben es mit diesen Geschmäckern nicht so. Also gerade Herbes und Bitteres wird hier eher vermieden. Und dann ertränken die Deutschen ja auch alles in Soße, nutzen sehr viel Sahne. Und es gibt Kräuter wie Schnittlauch, Kerbel, Bärlauch, Bertram, Quendel, Eisenkraut und solche Geschichten. Das ist alles in Australien komplett unbekannt. Und Soße verwendet man auch nicht gerne. Hier werden Dinge oft eher trockenserviert. Oder es gibt die Soße eben separat. Dafür wird sehr, sehr gerne mit asiatischen Gewürzen oder auch indischen Gewürzen gearbeitet. Und das hat viel mit der geografischen Nähe zu tun zu Asien bzw. zu Indien. Noch ein Wort zur ausländischen Küche in Australien. Die asiatische Küche ist hier generell sehr gut. Das werdet ihr schnell feststellen, dass das hier deutlich elaborierter als in Deutschland ist. Die europäische Küche ist aber meistens sehr enttäuschend. Also haltet euch aus deutschen Restaurants fern. Das ist meistens großer Käse, was da aufgetischt wird. Und auch so Pizza muss man schon sehr vorsichtig sein. Klar, es gibt italienische Restaurants, die sind gut. Aber so eine normale australische Pizza, die ist dann schon sehr offen im Vergleich zu dem, was wir aus Deutschland kennen. Und sehr teuer, muss ich auch sagen. Ja, kommen wir gleich dazu. Kommen wir zu den Preisunterschieden. Was ist teurer in Deutschland als in Australien? Auf jeden Fall Sushi. Das ist hier so Mainstream, dass es wirklich günstig ist. Und Lammfleisch, wer es mag, das ist hier deutlich billiger als in Deutschland. Ist auch keine Delikatesse. Lammfleisch ist eines der häufigsten Fleischprodukte, die in Australien gegessen werden. Getränke sind natürlich auch viel, viel teurer in Deutschland. Man bedenke allein, dass man hier generell ein Glas Wasser kostenlos dazugestellt bekommt. Das wird auch nachgeschenkt. Also hier wird auch nicht erwartet, dass man ein Getränk zu seinem Essen kauft. Und in Deutschland ist man ja schnell auch mal 5 Euro für eine Cola los. Was ist in Australien teurer? Auf jeden Fall italienisches Essen, Pizza und Pasta. Es ist nicht ungewöhnlich, hier 25 Dollar, also was sind das aktuell, 17, 18 Euro für eine Pizza zu zahlen im Restaurant. Oder auch für eine simple Pasta mit Tomatensauce. Auch da sind 15 bis 20 Euro nicht selten. Es gilt halt als Delikatesse und entsprechend sind die Preise höher. Das gilt auch für deutsches Essen. Wenn ihr mal hier in so einen deutschen Biergarten oder sowas geht, da werden euch die Augen aus dem Kopf fallen, wie sauteuer das hier ist. Aber ihr kommt ja auch nicht nach Australien, um hier irgendwie Schweinshaxe zu essen, oder? Okay, Portionsgrößen. Generell, aber nicht immer, würde ich sagen, dass die Portionen in Deutschland größer sind. Oft bekommt man in Deutschland schon Teller, wo ich das Gefühl habe, das Essen reicht für zwei. Und auch die Burger bei den großen Fastfoodketten, die sind in Deutschland größer als in Australien. Hättet ihr das erwartet? Also mich hat es total überrascht, als ich das erste Mal bei McDonalds war in Australien. Und der Burger war winzig im Vergleich zu Deutschland. Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Erfahrungen in Australien gemacht. Schreibt das doch mal in die Kommentare. So, jetzt ein Punkt, der nichts mit dem Essen zu tun hat, die Inneneinrichtung von Restaurants. In Deutschland gibt es ja viele Lokale, die eine starke Themendekoration haben. Mir fällt hier so das klassische chinesische Restaurant ein, mit importierten Möbeln, nach Butterstatuen, nach einem Wasserfall am Eingang oder sowas. Für viele Deutsche ist diese Atmosphäre ja sehr wichtig. Man mag so alte Dinge, Antiquitäten, Atmosphäre, irgendwelche freiliegenden Dachbalken oder sowas. Das ist in Australien ganz anders. Deko ist generell viel sparsamer, manchmal auch gar nicht vorhanden. Und alt wirkende Gastronomiebetriebe, die sind auch nicht gerne gesehen. Man mag lieber moderne Einrichtungen, und zwar ganz egal, welche Küche man anbietet. Das heißt, im Prinzip könnte ein Burgerladen heute ausziehen und morgen könnte ein thailändisches Restaurant einziehen. Gut, so krass ist es vielleicht nicht. Aber es geht so in die Richtung, es gilt halt Hauptsache modern und irgendwas Altes ist dann eher etwas, wo der Daumen runtergegeben wird, nach dem Motto, ach, die könnten ja auch mal renovieren und alles ein bisschen aufhübschen. So, ein Sonderfall, ich habe ihn am Anfang schon mal angesprochen, sind die Tavernen. Das möchte ich euch noch vorstellen. Das ist gerade in kleinen und mittelgroßen Städten oder in den Vororten sehr wichtig. Tavernen sind relativ große Gastronomie-Komplexe, in denen es verschiedene Bereiche und Räume gibt. Es gibt ein Restaurant, in dem oft einfaches und deftiges Essen serviert wird. Manchmal noch zusätzlich ein Bistro für kleinere Mahlzeiten. Auf jeden Fall gibt es einen Barbereich, dazu Spielautomaten, vielleicht einen Spielplatz für die Kinder und eine Veranda draußen, wo getrunken wird und geraucht werden darf. An den Wänden hängen überall Fernseher, so ein bisschen Sportsbar-Style. Und oft wird das Glücksspiel Keno übertragen, so eine Art Instant-Lotto. Und wer schon oft in Tavernen in Australien war, der wird auch feststellen, dass die mit ihrem Teppichboden oft einen sehr komischen Geschmack haben. Das sind oft sehr auffällige und verschlungene Muster, die sich da durch die Räume ziehen, warum auch immer. Tavernen sind sehr laut, vom Preis her liegen sie so in der Mitte und nach australischen Vorstellungen sind sie auch sehr familienfreundlich, trotz der Spielautomaten. Das also sind die interessanten Unterschiede zwischen der deutschen und der australischen Gastronomie. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen oder habt ihr Fragen? Lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen. Vergesst nicht zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu klicken. Das hilft mir, mehr Videos zu produzieren, die euch auch wirklich interessieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.